So enden die meisten Hobbybäcker-Karrieren. Ist es Schimmel? Hände hoch, wem das schon mal passiert ist. So ein weißlicher Film auf der Oberfläche des Sauerteiges kann einem wirklich den Tag verderben. Diese runzlige Erscheinung erlebt eigentlich jeder Hobbybäcker früher oder später. Es handelt sich um die sogenannten Karmhefen. Sie stinken fürchterlich nach Käsefüßen und sehen auch alles andere als appetitlich aus. Ehrlich gesagt habe ich live noch nie einen schimmeligen Sauerteig gesehen, aber es kommt durchaus vor. So oder so lässt sich ein Sauerteig relativ leicht im grünen Bereich halten, wenn man weiß was man tut und dazu will ich dir ein paar Methoden teilen. Tatsächlich lohnt es sich nämlich den Sauerteig am Leben zu halten, der wird nämlich immer besser je älter er ist. Man spricht hier von der Sauerteigführung. Dass ein Sauerteig eine mikrobielle Kultur ist, haben wir ja schon in einem früheren Video geklärt und eine solche unterliegt eben einer relativ schnellen Evolution. Das heißt, die Zellen in diesem Teig werden sich immer besser an euer Mehl anpassen und damit auch den Teig immer etwas schneller fermentieren und zuverlässiger funktionieren. Einen Sauerteig gut zu führen bringt aber auch dann was, wenn man keine Jahrzehnte auf die Evolution warten will. Denn es ist so, dass ein gut geführter Teig sich immer so in Phase 2 und 3 befindet. Dazu schau gerne mal das alte Video an. Und dadurch hat er keine Anlaufphase. Er beginnt quasi sofort den Teig zu fermentieren und das hilft uns dabei die Zeit einzuschätzen, wie lange es dauert, bis der Teig fermentiert ist. So, jetzt aber zu den Methoden. Eins vorweg, wenn du kein Profibäcker bist, dann musst du deinen Teig auch nicht zweimal am Tag füttern, wie so manch einer behauptet. Für jede Routine gibt es eine geeignete Methodik und die will ich dir jetzt einmal vorstellen. Backst du wöchentlich vor allen Dingen Roggenbrote, dann kannst du vorausschauend füttern. Backst du innerhalb von 14 Tagen immer mal wieder sporadisch, dann ist für dich die Bedarfsauffrischung die richtige Variante. Vielleicht hast du schon mal vom englischen Begriff von der Scrapings Method gehört. Backst du noch seltener oder bist du für eine längere Zeit im Urlaub, dann kannst du deinen Teig verkrümeln. Über die Kapitelmarken kannst du natürlich direkt zu der Methodik springen, die dich am meisten interessiert. Wer vom Sauerteigfieber gepackt ist, der will oft gar kein gekauftes Brot mehr essen. Backst du all dein Brot, dann musst du tendenziell mindestens einmal die Woche backen. In diesem Fall bietet es sich an, direkt nach der Verwendung des Sauerteiges wieder den nächsten Teig anzusetzen und diesen dann in den Kühlschrank zu stellen. Dort fermentiert er so ungefähr 5 bis 7 Tage, ein bisschen abhängig davon, wie kalt dein Kühlschrank wirklich ist. Und wenn du das nächste Mal backen willst, findest du einen reifen Sauerteig im Kühlschrank vor. So und jetzt nochmal, wie das in der Praxis aussieht. Wir nehmen schön reifen Sauerteig rein in die Schüssel und es bleibt kaum noch was im Glas zurück. Wir nehmen uns also noch Mehl und Wasser und wiegen das nach Rezept ab. Jeweils die Hälfte des Anstellgutes in Mehl und die andere Hälfte in Wasser. Wir verrühren das Ganze, bis kein trockenes Mehl mehr sichtbar ist und das Glas wird verschlossen. Jetzt kommt das Ganze in den Kühlschrank und nach ein paar Tagen ist der Sauerteig dann bereit zu verwenden. Beispielsweise backe ich jede Woche ein Roggenbrot, für das ich 100 Gramm Anstellgut benötige. Dann rühre ich beim ersten Mal 110 Gramm Anstellgut an, backe dann das Brot und entnehme 100 Gramm dafür. 10 Gramm bleiben also im Glas zurück. Diese 10 Gramm mische ich dann mit 50 Gramm Mehl und 50 Gramm Wasser an und bin wieder bei meinen anfänglichen 110 Gramm. Das so mit Mehl und Wasser wieder aufgefrischte Anstellgut stelle ich direkt in den Kühlschrank und will ich dann eine Woche später oder auch etwas früher mein Roggenbrot backen, dann muss ich dafür ja wiederum einen Sauerteig ansetzen und finde das reife Anstellgut im Kühlschrank. Bei Roggen funktioniert das sehr, sehr gut. Bei Weizenteigen kann es passieren, dass der Sauerteig oder das Anstellgut innerhalb von 7 Tagen zu reif wird. Du kannst ihn dann weiter hinten und unten im Kühlschrank verstecken, dort ist es tendenziell etwas kühler, den Kühlschrank etwas kälter stellen oder den Teig etwas später anfüttern. Dann verliert die Methode aber ein bisschen ihres Charmes. Die effizienteste Standardmethode der Sauerteigführung für uns Hobbybäcker ist sicherlich die bedarfsgerechte Auffrischung oder auch Scrapings Method. Dazu bleibt immer eine ganz kleine Menge Sauerteig im Glas zurück, denn schließlich kriegst du das Glas ja gar nicht richtig sauber, wenn du es nicht auswäschst und diese Minimalmenge bleibt immer mit dem Glas zusammen im Kühlschrank. Etwa 12 bis 18 Stunden, bevor du deinen Brotteig dann ansetzen willst, frischst du dein Anstellgut auf. Das bedeutet, du schaust im Rezept, wie viel Anstellgut du brauchst, teilst diesen Wert durch zwei und fütterst genau so viel Mehl und Wasser deinen Resten zu. Willst du beispielsweise unsere Übernachtbrötchen backen, dann frischst du ganz einfach deine Reste mit 35 Gramm Mehl und 35 Gramm Wasser am Morgen, bevor du die Brötchen ansetzen willst, auf. Du hast dann spätestens am Abend einen wunderbar luftigen Sauerteig, mit dem du deinen Teig ansetzen kannst. Etwas knifflig bei dieser Methode ist, dass je weniger hier im Glas zurückbleibt, das heißt, je genauer du gemessen hast, je kälter der Teig steht, je länger er nicht aufgefrischt war und je größer die Menge Anstellgut ist, die du benötigst, desto länger dauert es auch, bis dieser Teig reif ist. Da musst du ein bisschen mit Fingerspitzengefühl arbeiten oder mit Erfahrungswerten. In manchen Rezepten ist es aber gleich mit dazu angegeben. Ich sag mal, wenn du deinen Teig mit handwarmem Wasser fütterst, dann sind 12 Stunden ein guter Anhaltswert, der bei mir in der Regel funktioniert. Fährst du mal für längere Zeit in den Urlaub oder hast, aus welchen Gründen auch immer, gerade keine Zeit oder keine Lust zu backen, dann solltest du deinen Sauerteig zur Haltbarmachung verkrümeln. Dazu nimmst du eine kleinere Menge, ich sag jetzt mal einen Esslöffel, und fügst die fünffache Menge an Gewicht an Mehl zu. Das vermengst du so lange, bis sich der Sauerteig richtig trocken anfühlt. Du erhältst dann so kleine Krümelchen. Die Menge Mehl solltest du dir irgendwo notieren. Diese Reste stellst du jetzt ganz nach unten und hinten in den Kühlschrank. Brauchst du den Sauerteig mal wieder, gibst du einfach die gleiche Menge warmes Wasser wie zuvor Mehl zu. Deswegen hast du dir den Wert notiert. Und lässt alles so lange stehen, bis es sich verdoppelt hat. Bleib geduldig. Wenn du deinen Teig zu früh wieder fütterst, dann kann es passieren, dass du den Teig so stark verdünnst, dass im Endeffekt gar nichts mehr drin ist und du deinen Teig tot gefüttert hast. Wie lange es dauert, den Teig wieder zu beleben, kann hier deutlich variieren. Wenn dein Teig schon mehrere Monate im Winterschlaf ist, dann kann es durchaus dauern, dass das hier 24 Stunden bei warmen Temperaturen dauert. Um das Ganze ein bisschen zu beschleunigen, kannst du den Router-Trick anwenden. Den habe ich dir hier verlinkt. Man kann Sauerteig auch einfrieren. Das habe ich persönlich aber noch nie gebraucht. Und deswegen kann ich dazu auch zu diesem Zeitpunkt noch nichts sagen. Wenn es dich interessiert, schreib mir gerne in die Kommentare. Dann schaue ich mir das gerne nochmal an. Mit dem Router-Trick hat es bei mir immer über Nacht geklappt. Aber versprechen kann ich es nicht. Und wenn du wissen willst, welche Methode für einen 3-wöchigen Urlaub die beste ist, dann klick gerne hier.